drei stunden 45 ja und wir verlieren hier ein leben nach dem anderen wie war vorhin die rechnung bei drei das heißt wir haben jetzt fünf verloren das heißt wir haben noch fünf das ist korrekt ja das ist korrekt beim inventar 1 in der kiste und zwei in der welt und ich muss jetzt hier mit meinem knochen das alles einreißen los zum nächsten zu machen müssen also kurz zeug holen dann wieder hoch und zu machen wenn es jetzt an der gesehen wie wir reingangst dann habe ich die arschkarte normal nicht weil so schnell sind die auch nicht an der wir waren ja komplett auf der anderen seite wir sind ja direkt aufgebrochen wieder ich habe extra unten noch ein bisschen stone rein als koppelstone reingeschmissen so und hier we are again mal wieder wenn du das schneiden stein so wie viel leben haben die mittlerweile 50 keine ordnung wird schwierig lila waren das nicht blaue so viel nachfragen nö passt ist ja wurscht ist und auch wieder ist egal stimmt was wollte ich jetzt hier genau höchsten bist du eigentlich löcher zu machen so wo war jetzt hier die kiste die war gegenüber von der fackel glaube ich ja sonst habe ich nämlich keine spitze und nix so jemand spitze und dann nehme ich mal das ist der glied füße erschwert wieder doch ich mache jetzt dann gleich neue keine sorge so ein paar fackeln wären auch nicht schlecht aber jetzt auch hier keine stimme ich habe ganz kohle hier was brauche ich noch hier von da ist unsere rote wolle da ist doch eisen genau so mache ich gleich zu mir du auch noch was raus guck mal gerade meine diamants spitzhocke eine rüstung habe ich mir schon mitgenommen ja das eisen was ich dachte eben kann auch jetzt noch brennen dann brauche ich sonst noch was im moment nicht auch mensch da doch hat mich jetzt schon wieder zwei eisen schaufeln heißen aber eben überfluss da brauchen wir nichts mehr ja konntest du auch eine haben weil ich mich weggelaufen egal blick in die kiste oder so bringen sie einfach mit so die frage ist wo graben wir jetzt noch großartig hier mit dem platz von gang da ist bestimmt noch was ja jede menge ich brauche die schaufel da ist nämlich wieder gravel was ich auf alle fälle machen könnte wir haben doch hier sicherlich noch kohle borschläge schaufeln was sie im moment habe ich im winter im winter gibt mal gleich schauen sonst komme ich in diesem nervigen kreml nicht vorbei danke sehr so ich werde jetzt meinen jeden ofen der noch nicht belegt ist bisschen koppelstern reinschmeißen bringt nämlich auch was an an level mann ich bin so eine fackeln machen verdammt vergessen hast du noch kohle so auch nur holz holz habe ich da ich keins mehr so so langsam na klasse und ist glaube ich genau daraus wo die höhle oben ist was so ja das probieren ich eben auch schon mehrmals wo wollte ich jetzt hier buddeln da regen fließt aus ach ja das heißt wieder zehn level formen mindestens könnte jetzt wieder roher dauern ja vor allem weil es so langsam das material zum level machen ausgeht ach ja die tunnel können noch länger werden sie müssen länger werden ach super wenn ich jetzt hier gerade ausgabe komme ich in die lava ist ja toll mal gucken und kohle findet man ja immer ist das ärgerlich jedes mal sind sie dann auf einmal zu zweit der rechten zeit am rechten ort ja jetzt erst mal bloß das place noch riskieren aber gut zu verlieren hat er nichts mehr nee nicht mehr wirklich außer er möchte warten bis wir drauf gehen und den zweiten platz zu sichern aber das ist doch schon mal etwas ja das stimmt level und man muss ja auch mal den ersten platz an andere abgeben können die beiden haben ja noch gar nicht dürfen nö das stimmt hallöchen ach hallo willst du mich besuchen kommen ich grabe mich einfach so schräg durch ich werde mich hier so einen riesigen hohlraum wo wir alles weggegraben haben einfach was gibt ja das wär doch was also ich sag mal so bin bereit zu sterben ja man muss auch mit humor nehmen können ja klar also ich sag mal so wenn wir jetzt als erstes raus geflogen wären dann wär's so gewesen ja es geht einfach darum dass man mitgemacht hat dass man spaß gehabt hat aus dem ich bekommen mein mc expert ist da bei uns gerade der schießt schon wieder mit fallen ich bin tot wie du bist du da hört nicht gekillt er auch da nein ey was hat denn der ich weiß nicht aber wir könnten fast im prinzip ja wenn sie jetzt unsere kippe finden das problem ich gehe da müssen warten bis die wechsel ich gehe da jetzt gleich noch mal runter ne nicht direkt ich würde warten bis die was die da erstmal ihr zeug suchen also wir haben noch eine blaue wolle ne das heißt wir müssen steine aus der welt nehmen ja heißt nimm du die blaue und ich gehe mal meine bauen wir dann halt ab rüstung nirgendwo müsste doch hier noch ein schwert sein er hat das auch nicht schätzt damit ich da wird da wird angesagt ist sonst gehen die eisenschwerter der kiste haus und ich dachte mir schon damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet was schlägt mich hier gebe zu das hat mich jetzt auch wieder überrascht fünf Minuten Frieden schnell da ist blues let's play ja wir haben auch fünf minuten Frieden der schießt auf uns der schießt auf dich ok und dann dann greife ich ihn auf die ansatz boah scheiß zombies ab ihn jetzt hoffe ich nicht dass wir unsere gute kiste finden denn dann könnten wir eine tauschen ne so aber damit ist er auch raus oder jup ja zweiter das ist doch schon mal was also ich glaube nicht dass wir noch was hat er mir verzeugt gegeben wir gerade ich habe einen bogen ich habe krimskrams ja wir sind beide gerade gestorben leider dass wir wollten dich ignorieren gerade eigentlich ja du moment schreiben soll so die frage ist natürlich was machen wir jetzt ne wie war oder hinter dir hinter dir hinter dir auch ich laufe davon ja ich habe insgesamt drei level bekommen für den kill gegen blues let's play schön die frage ist natürlich haben die unsere kiste schon gefunden ne ja es kann dauern bis ich finde es natürlich die frage die werden da vermutlich bleiben oder sich sneaken sich jetzt hier afk irgendwo hin und warten weißt du was wir jetzt eigentlich machen müssten ne in deren höhle gehen in ihrer basis und kommt kommt man mit geht ich hoffe die sind jetzt da nicht hingegangen aber normalerweise glaube ich nicht denken die werden sie im letzten mal machen und in unserer höhe ist so schön warten gucken vielleicht zurückkommen vielleicht wie wenig braucht sich irgendwo hinstellen afk so dass man sie nicht sieht und dann gucken wir da sind ein paar steine abbauen ja wir müssten unterwegs mal ein paar schweine köln wegen hunger ich habe sechs zombiefleisch toll ne ne zombiefleisch mag ich nicht aber ich habe jede menge quackeln bekommen und habe auch noch naja relativ leere eisenspitze dabei ich kann zumindest ein paar gänge aufbuddeln damit habe ich holz dabei ja sonst würde ich sagen baue ein bisschen holz auf dem weg da ist leider kein holz mehr gerade schafe keine schweine ja wird schon klappen mit hunger und so ja sonst muss ich jetzt zombiefleisch ein bisschen futtern na hier war es nicht das war hier bei dem pfahl irgendwo ach ja dieses runde doch hier genau ja einmal hier hin aua passt so dann ging es hier runter und da hinten rechts irgendwo genau also da waren sie zumindest okay da sind auch hier diese kiste aber da ist ein bisschen was zeug drin aber die spitzhocke nehme ich mir mit dann gehen hier links und rechts zwei gänge runter und die kohle weil mich unten mal hier den gang mal ansehen ist ja vielleicht nur irgendwas im ofen habe ich nicht nachgesehen oben dann gucken ob da vielleicht was futter ist und so kohle 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 immer gesneakt langsam runter wer weiß wo die da rauskommt die wirklich dadurch auf unseren tunnel gestoßen sind wobei das eigentlich schon eine recht große entfernung ist du gehst auch den gang hier runter oh gott die gänge nach links ginge nach rechts okay ich glaube wir können das ewig nach den kisten hier suchen irgendwie werden die den gegraben dann geht es ja noch weiter nach unten ach gott die haben bis auf bedrock hier unten gegraben aber hier ist es was ist denn hier für eine höhe also hier wäre die alpha höhe ne frage wo sie ihre kiste versteckt haben ob was auf der elfer höhe war oder ob sie die vielleicht doch höher gesetzt haben so einmal dass das das wirst du oder in der einbuchtung dass ich dich eigentlich meine rolle zuerst holen bitte wirst du dich eigentlich zuerst meine rolle holen eigentlich stimmt fällt mir gerade ein ja ich würde sagen wir gehen hier mal entlang und gucken mal kommt mir das nicht irgendwo bekannt vor okay hier ist nix hier waren wir nicht aber ich würde sagen wir müssen echt hoch meine rolle holen weil sonst ja ich würde aber auch sagen das machen wir so denn ich habe angst dass die jetzt gleich in ihre basis gehen das wird sich hoch bauen ja ich habe zwar keine fackeln dabei aber ich bräuchte eigentlich nur eine warte mal nehme ich habe fackeln nehme kurz die eine mit die reicht mir in die ganzen stack so der blues hat ja irgendwie zwei sechs fackeln aber du gräbst dich auch nach oben oder wie weil zu zweit zu zweit geht es ja nicht ja ich kann schon ich kann schon schräg machen so ist es nicht ne ich wo ich habe spitzsachen was ausrüsten nur gerade kannst du dich ja hier hoch bauen neben dir warte mal Moment da oben ist eh Licht also eine höhle okay da könnte es vielleicht rausgehen wenn ich sag mal so auf natürlichen Wege ein gutes Stück höher kommt ist natürlich noch praktischer so